...Geräte, insbesondere Mobiltelefone ausgeschaltet sind. Wir achten Sie, dass manche Kinder mit am Lager oder 170 vor Ihnen verstaut werden muss. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass alle unsere Flüge nicht hochgeführt sind. Wir zeigen Ihnen in wenigen Augenblichen einen Film über die Sicherheit an Bord. Wir bitten Sie, diesen Instruktionen aufmerksam zu folgen. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen einen angenehmen Flug. Guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen an Bord. Sie sind mit Star Alliance Flight zu Zürich, operiert von Edelwein. Kapitän Patrick Lederman und seine Crew haben Sie auf der Bord, unser Airbus A320, heute. Mein Name ist Sie, und ich bin Ihr Chef der Kabin. Die Flugzeit zu Zürich wird ungefähr 1 Stunde und 10 Minuten. Bitte beantworte, dass alle elektronische Ecke, insbesondere Mobiltelefone, die Flugzeuge und die Flugzeuge sind in der Flugzeuge befestigt. Sie sind in der Flugzeuge befestigt, in der Flugzeuge befestigt in fronte von Ihnen. Wir möchten Sie, dass alle unsere Flugzeuge sind nicht aufmerksam. In ein paar Momenten, Sie werden Ihnen ein Film über die Sicherheit an Bord. Wir bitten Sie, Sie zu folgen der Flugzeuge aufmerksam. Aufmerksam der ganzen Crew, Sie wünschen Ihnen eine sehr schöne Flugzeuge. Aufmerksam der Flugzeuge, Sie sind in der Flugzeuge, Sie sind in der Flugzeuge.